Naha, du Pisser! Let's go, let's go! Hey, Kinders! Was geht bei euch ab? Junge! Mal wieder Kartistrick, iiih! Ähm, wir spielen Office. Seitdem was noch was sagt, jetzt ist das Office. Äh, morgen ist es zu. Outer Select. I'm T-Rubius. Central-South Office Terrorist. Wie, man kann die Bilder nicht mehr runterschießen? Sind wir ein Zurückgang in die Steinzeit, oder was? Ich hoffe, ich kann die Dinger umschießen. What?! I can't shoot the Dinger's arm? I can't believe it! Ich habe mir 100 Milliarden Damage gegeben. Mindestens. Oh mein Gott! Ich bin schon ein bisschen gespannt. Donnerstag ist Community-Abend. Heute ist Montag. Ihr merkt, die Sachen kommen extrem verzögert, weil ich eben nur jeden Tag eine Sache hochlade, ja? Äh, manchmal an einem Tag zwei, drei Sachen auflade. Äh, hochlade. Äh, recorde. Bin ich behindert? Oh mein Gott, die Hostage ist so fucking, fucking da, you know? Manchmal möchte ich diese Hostagen küssen. Waren hier früher nicht auch Hostages gestanden? Da waren zwei Hostages gestanden. Ich bin mir sicher. Da standen Hostages. Da ist er der, ne. Vollidiot. Leute, ich habe mein Beisskipp komplett vergessen. Na, eine Nacht hätte ich mir schon kaufen können. Na ja, so ist es halt immer erwachsenwert. Man kann ja kein Wasser mehr kaufen. Nein. Ich werde verdwisten. Super. Hallo? Pizzers? Hi Pizzers! Oh fuck, da kommen auch viele. Oh mein Gott! Okay. Pfff. Pfff. What? Wie ich da liegt! Aua! Aber immerhin ist mein Rucksack rot. Alter Verwalter. Das ist wirklich eine Pracht hier gerade. Also, was hier gerade passiert. Aber egal. Warne vs. Warne. Oh fuck, er muss nur einen abgeben. Renn! Renn Jimmy! Renn wie ein rennender Renn... Nein! Nein! Asshole! P90. Super. Verkauft. Aber egal. Ah, hier ist es glaube ich nicht schlecht. Alter, es kommt direkt einer! Fuck, 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 fuck! Nein! Ey! Ey! Herr Baller... Ja, alle geflas... Oh nein! Was? Scheiße! Einer, der einfach... Ich bin in Pflicht! Boom! Das wäre mal ein schöner... Äh... 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 Penta-Kill gewesen, ja? Okta! Mach Okta draus, komm! Boom! Hexer wär das gewesen. Aber nein! Ich werd... Was ist hier überhaupt los? Ich werd gebumst von irgendeinem Fickerich... Wo ist meine Scheiß-Konsole? Wo ist das Level überhaupt? Hier. Was hab ich hier? Ah, ist schon gut. So, Diegel hat schon was. Vorsicht, da kommt gleich einer um die Ecke. Ich hab's aus der Hand geworfen! Wie so ein... Wie so ein Pimmelkopf! Ey, wie konnte das schon wieder passieren? Dieses... Warum kann man auf rechts Sachen schmeißen? Ey, die kommen gleich von hinten. Wir sind gebumst. So weit! Warum ist denn unser Major doch noch da vorne? Er steht immer noch da! Ey! Was ist hier los? Warum... Warum spielen die so wie... Wie Ficker irgendwie? Also... Ich will immer nicht so ordinär sein. Das ist ja immer ein Kinderprogramm. Warum spielen die wie verschissene Ficker? Eko! Wer, ihr kauft irgendwas? Natürlich kaufen sie einen! Ich ra... Oh, guck mal meine Diegel! Wie geil die aussieht! Ich weiß! Ja! Ich gehe... Big Wallens Vorschlag... Bin ich schon angegangen? Äh, Big Wallen. Ich hab meine Facecam jetzt ja da links. Also zwischen... Geldanzeige und dem Chat. Ich muss doch das Fadenkreuz auf Statisch stellen. Was? Ey! Wir haben dem Spiel... Ja? Äh... Den Spaß genommen. Nice! Er killt da hinten die Leute. Yeah! Und jetzt noch einer. Immerhin eingepimmelt. Ich glaube jetzt haben wir es ein bisschen im Griff. Weil jetzt... Die Leute endlich verstehen, dass wir äh... Campen müssen hier ein bisschen. Beziehungsweise... Deffen. Ich sag jetzt mal Deffen. Campen hört sich so hart an. Zumal ich ja äh... Feature-Gast bei dem äh... äh... Monsieur. Music FG war. Und ähm... Wir haben den Camper-Song hergestellt. Und ja... Hört mal rein. Der Link ist hier unten drin. Da bin ich als... Ich hab den zweiten Part. Da bin ich drin in dem Lied. Oh shit, bro! Ist eh der letzte mit AWP. Kann er vergessen. Kurz die Nase kratzen. So. Ja, noch ne Ak... Uhuhu! Fast gestorben. Sag mal, mein Mikrofon ist ganz schön weit unten da. Also... Ich weiß das ja nicht, wie das nimmt... Wie das aufnimmt da mit dem Mikrofon. Wenn man das so weit unter der Schnuss hat. Geh mal zur Seite. Lass mal Fatih ran. Ja! Hahahaha! Wallbang! Aber was für einer! Hier! Da! Da hab ich ihn durchgebankt durch die Wall! Boah! Die AWP! Oder so! Irgendwie! Ole! Aber wir haben noch unseren Mate da stehen. Fuck! Okay, wir sind gebumst. Wir sind gebumst! Wie konnten wir nur... Das ist schon drei Runden verlieren! Das ist schon die vierte Runde! Rage! Time! Hm! Hm! Aber egal, denn ich hab jetzt AWP! Let's go! Let's go! Let's go! Okay! Also, Pisser! Haha! Du Pisser! Oh mein Gerd! Oh mein Gerd! Rennt mal schnell! Hier weg! Ist hier... äh... Team Attack an überhaupt? Ey! Von hinten ist nicht gedeckt! Guckt euch das bitte an! Das kostet mich jetzt meine Arbe! Ich werd jetzt gleich gefickt, weil hier einer kommt und mir die Arbe wegnimmt! Ha! Fünf Stück noch, oder? Ja! Die werden gleich von hinten so gebumst! Die müssen eh nur einen... Einen Kerl klauen! Sie ist noch da! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Ich kann echt wirklich in die Scheiß verfickte Tastatur beißen! Warum bin ich geflasht? Unglaubliche Scheiße! Guckt euch das an! Ich bin gar nicht ganz oben! Ich bin nicht im Win-Team! Ja! Eigentlich bin ich das Win-Team normalerweise! Also irgendwas läuft hier eh schief! Wir haben den gemütlichen Part auf Office! Wir müssen nur... Defenden! Die Scheißgeiseln! Und was machen wir? Was mach ich? Aber der kriegt's doch echt jedes Mal gebacken da zu campen in seinem Smog! Wow! Wie kann man da so hart daneben schießen? Ich hab mich hier voll auf ein gutes Spiel gefreut! Du bist ja auf ein... Einfach auf ein Win oder so! Ich will auch nicht unseren Sniper hier die ganze Zeit blockieren! Also ich muss hier schon weg! Wisst ihr! Wir könnten einfach den AWP dann ausweichen, indem wir uns einfach nicht in die Sichtweite stellen! Und dann... Äh... War's das! Alter, helf doch mal mit, Mann! Na, die haben uns verdient überrannt! Haben sie schön gemacht! Ich bin übrigens Level 2! Habt ihr vielleicht mitbekommen! Das heißt... Ich besiege sie alle! Ja, alles kaufen wir die mal so behaupten! Also wir dürfen sie einfach nicht durchlassen! So, abgefackelt! Aber das klingt nach oben! Abgebrannt ist er! Scheiße, die haben den Kollegen geholt! Boah! Boah! Shit! Ich fasse es gerade nicht! Ist der nächste aber schon rein? Es war nur noch... Es ist nur noch... Ja, ne, die waren beide da! Okay, gut! Schade! Schade! Das hätten wir echt deffen können hier! Die AWP hat er noch 20! Naja, wenn er den... Wenn er den mit der M4 direkt weglatschen kann irgendwie... Sollte die AWP kein großes Problem sein, aber... Bleib stehen! Oh Gott! Die schaffen das von der Zeit her nicht! Nice! Versteck dich! Ja! Ja! Was? Hab ich kein... Was? Ich kann eben noch 3 Sekunden? Ey! Die Beach! Die Beach! Nein! Nein! Es waren nur noch ein paar Millisekunden! Ah! Unglaublich wirklich! Das ist wirklich eine Rage-Runde des Jahrhunderts geworden hier! Nuke! Bitte Nuke! Ah! Ich werd das gleich nochmal mit aufnehmen nächste Runde! Aber hier werd ich den Schnitt machen für diese... Für diesen Part! Ja! Also... Vielen Dank für's Zusehen! Bis zum nächsten Mal! Ciao!